Und ich habe sie sofort darauf angesprochen, gebt mir mein Fahrrad zurück, ihr habt mein Fahrrad gestohlen. Mittlerweile war auch die Polizei unterwegs und haben quasi Verfolgungsjagd gespielt, wie James Bond. Bike Tracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PAU UNITY neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Wann wurde dein E-Bike gestohlen? An einem herrlichen Sonntag war plötzlich morgens um 7 Uhr das Fahrrad vor der Tür weg. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Ja, morgens als ich runterkam, habe ich natürlich, was man immer macht heutzutage, als erstes aufs Handy geschaut und da sehe ich eine Warnmeldung. Und da habe ich mir sofort gedacht, und genau das war dann auch, das Fahrrad ist weg. Ich habe es sofort gesehen und natürlich habe ich sofort die Route gesehen, sofort die Zeit gesehen. Also innerhalb von Sekunden eigentlich, 30 Sekunden war mir klar, was passiert ist. Kannst du den Vorfall im Detail beschreiben? Ich bin eben morgens so gegen 7 Uhr aufgewacht, habe mich relativ schnell entschieden, zur Polizei zu fahren, habe die Anzeige aufgegeben und währenddessen habe ich dann überlegt, warum tue ich nicht selber Nachforschung anstellen. Bin also ins Auto gestiegen, habe meinen Freund und Rechtsanwalt angerufen und wir haben uns dann dort am vermeintlichen Ablageort des Fahrrads in dieser Ortschaft getroffen, um zu sehen, ob wir irgendetwas machen können. Während wir dann also da standen und der Besitzer das Haus öffnete, kamen interessanterweise die Gangster persönlich vorbeigefahren. Drei Gangster, man hat es ihnen sofort angesehen und ich habe sie sofort darauf angesprochen, gebt mir mein Fahrrad zurück. Ihr habt mein Fahrrad gestohlen und man hat sichtlich gesehen, dass sie sehr nervös waren. Und dann, mittlerweile war auch die Polizei unterwegs und dann haben wir erstmal die Situation den Polizisten erklärt. Die Polizisten haben eine Befragung durchgeführt und in dem Moment ging der Alarm wieder los. Wir sind sofort in den Pkw gesprungen und haben quasi Verfolgungsjagd gespielt, wie James Bond. Man hat wirklich gesehen, blink 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 vor uns, wie das Auto in Richtung Innsbruck fährt. Der Pkw mit dem Fahrrad drin, die wir im Nachhinein wissen, mit dem Tracker im Fahrrad und wir hinterher. Man sieht uns ja auch dann selber am Display und dann sind wir in den Wald hochgefahren. Nun war uns die Sache aber zu heiß. Wir haben gesagt, jetzt machen wir keine weiteren Nachforschungen, weil wir wussten, das sind ja mehrere Leute. Wir wussten nicht um deren Gewaltbereitschaft und so weiter. Aber die Polizei hat mich darauf hingewiesen, bloß nichts weiter zu unternehmen. Sie kamen sogar mit einem Suchhund und in weiterer Folge sind wir dann den Wald abgegangen. Und dann hat es nicht allzu lange gedauert und aufgrund des Tracking-Signals haben wir dann mein Fahrrad gefunden, was mit anderen Fahrrädern einfach in den Wald gehauen worden war. Also die Gangster hatten sich der Fahrräder, der ganzen Fahrräder, weil ihnen das zu heiß war, entledigt und waren also mittlerweile über alle Berge. Was war das für ein Gefühl, als du dein E-Bike wiederbekommen hast? Ja, das war natürlich super. Das war unglaublich. Also die Freude und natürlich die Unterstützung, die auch die Polizei geliefert hat, das war schon super. Wie alle da dann gesehen haben, oh, da ist was zu holen, da kann man was machen, da kann man was bewirken. Die Polizei hat erkannt, dass dieses Tool was hilft und dass sie hier wirklich einen Ermittlungserfolg gleich relativ schnell landen können. Was wäre passiert, wenn du keinen GPS-Tracker eingebaut hättest? Ja, ich glaube, das wäre es gewesen, wenn man ganz ehrlich ist. Das Fahrrad wäre weg gewesen. Keine Chance. Die Polizei, wie hätte die Polizei das herausgefunden? Keine Chance. Wir hätten halt eine Verlustmeldung aufgegeben. Also das wäre mit großer Wahrscheinlichkeit ein Totalverlust gewesen. Was hast du aus dem Vorfall gelernt? Also natürlich Fahrrad noch besser anschließen ist immer gut. Aber so einen Tracker zu haben ist schon ein riesen Vorteil, weil man kann einfach ruhiger schlafen. Das ist ganz klar. Und vorher hatte ich immer Angst, wenn ich es irgendwo hinstelle, wie schließe ich es jetzt am besten ab und ist es dann noch da? Aber jetzt weiß ich, der Bewegungsmelder meldet es sofort auf mein Handy und ich kann viel beruhigter irgendwo einkaufen gehen oder wo auch immer hingehen.